Ha! Äh, jetzt bitte nicht das TNT zu hinten. Dankeschön. Ich wollte grad zu spät sein. Jetzt grad zu. Ich hab mich direkt da drunter, ich hab's doch gesehen. Ich hab's gesehen. Kann man den Revolver auch verzaubern? Ich will, ich will. Ich will. Den Revolver? Boah, mein Revolver kenne ich mich nicht aus. Steck doch einfach mal in, äh, da rein. Aber ich schätze mal nicht, vielleicht Unbreaking oder so. Da hinten ein Stück natürlich wieder nicht. Warte, ich hab aber einen Redstone. Ich hab noch keine Fakten. Ich hab noch keine Fakten. Ach so, warte ich hier, ich hab's nix. Ich hab mein Inventar was vor, das ist auch noch so ein Problem. Da hast du einen. Ah, warte mal hier. So. Ich wollte grad sagen, ich würde das Problem mit ins Inventar bekommen. Achtung, TNT! Was brachte Blatt? Ähm, keine Ahnung. Das Blut auf dem Boden liegt, glaub ich. Ja, um das Blut zu sammeln. Nee, das ist Blattletting, oder nicht? Beides, ich hab beides drauf. Soul Tether? War wichtig, ne? Wenn du stirbst, dann hast du's. Stern, bei euch. Magnetis ist hier, dass es... ...angezogen wird, ja. Das ist scheiße. Ja, das nervt. Das ist aber cool. Das ist richtig scheißnerfend. Das ist richtig cool, brauchst du noch keinen iTunes mehr bieten. Ich und Ischi haben da schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ich nicht. Ach, also meine Freunde, ich bin fertig. Mit was? Nein, ich war voll. Mit Taschen leeren. So lange hat das gedauert. War ein Rad voll, ne? Ich war ja mit Jenny unterwegs. Scheiße, Alter. Das waren jetzt bestimmt 10 Minuten oder so. Jenny und ich haben Looting-Party gemacht. Schon gehört. Ähm... Glas. Ich hab keine Fackeln mehr. Ich hab noch eine Fackel, aber kein TNT mehr. Ist mir egal, ich bin jetzt in den Hammer. Was soll das? Alles ein bisschen begradigen und dann da raus. Jetzt kommen seine Counter-Strike-Skills. Mach mal PvP an, ey. Er schießt damit mal einen Gegner ab. Warte, warte, ich will das mal sehen. Ich glaub nicht, dass er Schaden macht. Hier, Creeper. Ja, du lockst sie weg, oder was? Der Rehauber macht kaum Schaden, so nebenbei bemerkt. Brauchst du gar nicht so freuen. Acht? Aber geht doch. Acht ist nicht viel. Aber macht Spaß. Ach, der... Hunters Handgang ist besser. Ja, wie kriegt man die? Na, Loki? Mhm. Die ist unfair. Die sehen nichts mehr, die sehen nichts mehr. Weil die machen... Ähm... Tobi kennt das ja auch schon. Was denn? Ja, mit meiner Schusswaffe und du warst auf einmal blind. Achja. Ähm... Ich wollte jetzt... Ich verliere grad die ganze Zeit den Faden. Ich weiß nicht, was los ist gerade. Ich muss... Achja, jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte schwarze... Ich wollte schwarze Fackeln machen. Ich wollte schwarze Fackeln machen. Ich wollte schwarze Fackeln machen. Ich will das einfach nur ran voll. Ähm... Kohle. Da. Ich hole hier einen von Tobis Schuh... äh... Bäumen ab und dann geht das so. Was ist das denn für ein behinderter Scheiß hier? Alter. Warum fällt man hier denn durch die Decke durch? Oh, bei mir? Ja. Weil es Ghostblöcke sind. Das ist mein... mein Außeneingang für die Flinien und Schokoboos, weil ich die irgendwann mal haben sollte. Du bist so fertig, ne? Alter! Oh! Man kann's oder man kann's nicht. Hm. Du bist ja neidisch. Jaaa... Bist du? Was baust du hier? Ich wollte so einen Tor machen. Was ist das? Das wird scheiße. Ich bin wieder freundlich wie immer. Natürlich. Das war ein Kompliment. Eigentlich ist es noch schlimmer als ich hier auch sage. Ich brauche mal einen Rat. Sieht scheiße aus. Was willst du? Soll ich das hier zumachen und nur Fenster einbreit machen? Oder soll ich das... Also wenn ich du wäre, würde ich das ganze Ding wegmachen. So oder einbreit? Na, das sieht scheiße aus. Irgendwie schon, ne? Ja. Was macht ihr jetzt da hinten? Joa, gar nicht. Wir bauen hier ein bisschen deshalb. Mach mal ein Kreuz drauf, Tobi. Das könnte vielleicht gut aussehen. Wie wollen wir hier das alles mit Wasser gefüllt kriegen? Das mache ich schon. Das ist nicht das Problem. Hier oben kannst du deinen Inventar mal lernen. Wo ist Jenny? Unten im... Mein Inventar ist mir wurscht. Der Ritzer. Wie das klingt. Warum hast du das kaputt alles? Wir hatten Spaß mit TNT. Das ist eigentlich was man haben muss. TNT Party. Ja, viel Spaß beim Wasser holen, ne? Das ist das kleinste Problem. Ich sehe eher das Problem, dass hier drüben das Wasser noch zu hoch ist und es deswegen noch niedriger muss. Wo denn? Da wo du gerade schwimmst. Da wo du bist. Das ist ein Block zu hoch. Muss ich noch mehr Steine weg? Boah, Alter. Joa, ich würde sagen. Warum ist das ein Block zu hoch? Weil es höher über dem Wasserspiegel ist. Das muss ja außen. Das ist genauso wie das Meer. Eigentlich nicht. Eigentlich schon. Aber da habe ich eigentlich keinen Scheiß unter Wasser Atmung auf meiner Rüstung. Was ist das für ein Scheiß? Also, ernsthaft. Muss man direkt ändern. Äh, Loki. Warte mal kurz. Das ist auf der gleichen Höhe. Stimmt. Ne, dann ist alles in Ordnung. Jetzt habe ich alles weg, ey. Oh, Mann. Ne, das... Was würdest du bloß... Ohne mich würdest du untergehen, glaub ich. Das so, das so. Geht ja nix mit dir. Du kennst mich doch. Da hast du noch Zeit. Alter, was machst du Huhn hier? Sterb. Erschossen. Echt, das ist jetzt die Rache für die Hühner, die abhauen. Sterb. Läuft du mal Getreide fahren? Achso, war es jetzt egal wie lange die Aufnahme wird oder wie war das jetzt? Ja. Okay. Also, wie lange habe ich jetzt keine Eier mehr gesammelt seit Anfang der Aufnahme, ne? Ja. Ich habe zwischendurch welche gesammelt. Jenny hat auch noch zwischendurch gesammelt und jetzt sind schon wieder 38 da. Aber nicht mal ein Stack raus bei mir. 38. Ich habe 38 Eier wieder, ey. Scheiße, ey. Aber du hast keine schleimigen Eier, ne? Tobi. Ja? Hast du das Haus bald mal fertig? Könnten wir die da gleich reinfeuern? Die Scheune. Welches Haus? Die Scheune. Okay. Der hat jetzt, glaub ich, nicht angefangen damit, oder? Der macht schon wieder irgendwas anderes. Okay. Der macht schon ja, das ist... Wann hab ich gesagt, dass ich heute die Scheune anfange? Gerade eben. Haben wir beschlossen. Aber es ist doch dabei. Du hast vorhin gesagt, wir bauen eine Scheune. Und dann dachten wir, okay, du machst das. Ja, wir haben uns jetzt auf dich verlassen. Wir haben uns nämlich gedacht, wir brauchen so lange den Hafen. Ja. Natürlich. Wir machen hier die anstrengende Arbeit da. Mhm. Das, was überhaupt gar keinen Spaß macht. Zumindest war der Anfang noch gut. Jetzt ist es ja nur noch mit... äh, nur noch abbauen alles. Unter Wasser noch. Hallo. Haha, ich... Lol, ich kann wieder unten sehen. Was kannst du sehen? Unten, bei der Monsterfalle. Ah, cool. Das scheint an meiner Verzauberung auf der... durch den Tribunal-Set zu sein. Und was macht das eigentlich? Den kann ich im Dunkeln sehen. Ach so. Und wenn ich... Das hab ich jetzt ausgemacht und jetzt kann ich vor allem mal sehen. Nachdem der Effekt weg ist. Okay. Okay. Zwar ein bisschen komisch, aber okay. Weil ich kann auch im Dunkeln sehen durch meine Rüstung, weißt du, aber jetzt bin ich nicht. Tjo. Ich hab ihn jetzt aus, jetzt kann ich wieder alles sehen. Ich pack's FTP. Mhm. Hier läuft kein Wasser hin. Ist es... ja, ist egal. Müsst du so erklären, das ist völlig. Viel Spaß. Das werde ich haben. Ich glaube, ich weiß aber, wie ich das mache. So. Müssen wir alles auf eine ordentliche Tiefe bringen, sodass wir auch ein tiefes Wasser hier drin haben. Aber so viele Monster spawnen noch gar nicht, ne? Das geht weg. Das sollte schon tief genug sein, oder? Das sollte auf jeden Fall schon tief genug sein, ja. Was bringt das Chocopedia? Ähm, dann kannst du Sachen nachgucken, die das Chocobos angeht. Soll. 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 Dass es dir folgt. Spannend gerade bei uns. Ja. Mega. Ich mach keinen Schaden bei den Monstern, die hier unten sind. Was? Lädt ihr gerade irgendwas? Nein. Ich sammle auch nichts mehr ein. Hast du den Spawner wieder ausgemacht? Kann ich nicht. Solltet ihr nicht zu lange laufen lassen, sonst... Kann ich nicht. Dann ist das selber weg. Also ich bau noch die ganze Zeit ab. Nein, ich bin raus. Gut, ich gehe mal die noch... Jo, jetzt bin ich auch raus. Ischi! Ah, ich hab den Server gecrashed. Also, schöne Zeit zum Cutten, ne? Ich bin schon wieder drin. Ich auch, also irgendwie. Jenny? Was willst du eigentlich? Ich hab nichts gemacht. Da will ich mir die ganzen Blöcke nochmal neu abbauen, ey. Danke. Ich muss nichts machen. Ich hab schon wieder nichts mehr machen. Ich glaub, der Server kackt schon wieder ab, gerade. Die Zeit sagt gleich 40. 40. 40 schon? Alter! Kann ich ja nicht. Okay. Weil ihr alle wieder nachgejoints direkt, deshalb... Nee, ich hab mir Zeit gelassen. Ich geh wieder raus. Weil wir eh gleich wieder rausfliegen. Ich warte einfach einen Moment. Gucken wir uns so lange die schönen Spawn-Serverbildschirm an. Ich kann durch den Teleporter durchgehen. Jetzt bin ich raus. Ich warte. Ich auch. Gargamel Plays It steht bei mir. Und bei euch? Was? Nein. Scientific. Achso. Kennt ihr alle Gargamel? Ja, das klär ich. Wenn nicht, ist es ziemlich peinlich. Weißt du das? Ja. Er ist so, Gargamel ist der Boss. Sind denn bei euch die Gamescom-Pläne? Können wir mal was sinnvolles sehen? Ich glaube, ich weiß nicht mehr Gargamel ist. Mittwoch bis Montag bin ich da. Also fahre ich hin, fahre ich zurück am Montag. Und bin dann nicht alle Tage da vermutlich. Donnerstag bis Sonntag. Bleibst du doch die ganze Zeit da, oder was? Ja, wir... Wie kommt's? Die Ferien. Jenny, du auch, ne? Oder weißt du noch was? Donnerstag bis Sonntag, ja. Ja, wir sind gerade noch auf der Suche nach nem Zelt, weil wir ins Gamescom-Camp wollen. Weil's günstiger ist als Hotel. Ja. Das stimmt. Kann da jeder hin? Ja. Also... Ich will da auch hin. Feste Zelte mit Ausstattung und so gibt's nicht mehr für Gruppen. Sondern nur noch 30 Euro pro Nase pro Nacht. Und wenn du dein eigenes Zelt mitbringst, musst du sonst nichts zahlen. Und du hast da alles. Du hast da auch ein großes Zelt, wo du dann kostenloses WLAN hast. Das ist so ein Strom, wo du deine Geräte aufladen kannst. Schließfächer. Ein Essensbereich und auch ein Zockenbereich. Und die machen da auch Sachen abends und keine Ahnung. Sehr cool eigentlich. Lass mal alle da hin. Was ist denn jetzt los hier? Sehr gerne. Wie mehr lässt du da? Ich bin beim Kollegen. Ja, aber dafür lässt du scheiß auf Kollegen oder was? Ist billiger. Kostet gar nichts. Aber das ist nur halb so cool. Können wir wieder drauf, Vigi? Ich glaub schon. Ich hab den Spawner mal gelehrt. Ja, dann müsstest du wieder gehen. Hast du auch den Schalter wieder gelegt? Ich hab mich grad wieder untergelegt, ja. Ich brauch den Guckstab, ich wär so pratt direkt. Erstmal richtig fünsetzen. Erstmal richtig fünsetzen. Erstmal alle Tage da, Ishi. Weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Hast du schon gebucht? Nein. Dann kommst du Samstag auf jeden Fall nicht mehr. Ja. Ist ausgebucht. Den komm ich wahrscheinlich gar nicht, weil ich weiß noch nicht, ob ich frei hab. Oh ja, okay. Das ist ein Problem. Ja, mit Tickets ist es schwierig schon. Was ist denn da so die besondere Attraktion, wenn wir schon darüber reden? Ich hab ja gar keine Ahnung. Gamescom? Das ist das geilste Erlebnis der Welt. Nein, ich mein, was da jetzt so das Highlight ist. Welche Spiele so, weil ich bin grad irgendwie gar nicht auf dem Stand so. Alle. Ich hab auch noch nichts mitgekriegt, was jetzt genau ausgestellt wird. Ich weiß ja auch nicht. Aber was ich dir empfehlen kann ist, die Gamescom hat einen YouTube-Channel, die fangen jetzt gerade wieder an mit Videos zu machen. Gamescom TV, ja. Ja. Die haben jetzt das erste Video für gemacht. Läuft auf. Ja, hab ich auch gesehen. Mit Pete's Meet, ne? Ja. Oh. Da fließen die Abos. Da dachte ich mir auch, jetzt musst du schnell das Camp buchen und weil jetzt haben sie da wieder Werbung für gemacht. Hm. Hahaha. Ich glaub auch genau nach dem Video waren alle Tickets für Samstag rausgebucht. Krass. Zumindest hatte ich vorher mal drei Mal drauf geachtet. Da waren eigentlich immer noch welche verfügbar. Ich bin froh, dass ich meine Früge noch gebucht hab. Ich glaub ich hätte den Turm ein bisschen, ähm, weiter machen sollen. Und ich baue es jetzt schon. Ich hatte meine ja direkt im Dezember gekauft. Ich hab meine jetzt im Juni. Aber dafür hab ich halt eine Dauerkarte, ne? Die gibt's schon ewig nicht mehr. Ja, das stimmt. Hm. Na, ich hab dann halt vier Tickets. Ja, solange das geklappt hat. Aber auch ein Schwachsinn, ne? Ja. Der hätte ja zumindest mal ein Wochenendticket machen sollen. Hättest du dich nicht mit meinem Kumpel zusammentun können? Dann macht ihr ein Familienticket. Wäre das nicht günstiger? Ich weiß es gar nicht. Aber von dir ist es wahrscheinlich auch nur für einen Tag, aber ne? Ja, ist auch immer für einen Tag. Reicht das? Darf ich aufhören? Ja, du darfst aufhören. Ich mach das Wasser. Ich hab noch TNT von dir. Naja, die wissen schon, die ihr Geld bekommen, ne? Oh, glücklich. Mhm. Also irgendwie müssen wir uns noch was überlegen mit der Monsterfalle. Warum? Das dauert zu lange mit Erfahrung. Ja, du darfst auch nicht übertreiben, weil das hält der Server dann nicht aus, ne? Das ist eher so das Problem. Ja. Wie viel Level kriegt man denn so bei einer Minute warten? Du kannst ja mehrere Spawner reintun, aber dann kackt der Server nachher ab. Es sind eher mehrere Spawner drinnen, nur... Achso. Es sind acht Stück drinnen. Oh. Wer hat dann? Nur weil der Server hält es nicht aus und länger wartet. Ja, weil ihr alle so einen kleinen Server wolltet. Ich hab gesagt, die größere. Ha. Jetzt kommt ihr. Teuer. Ja, klar. Wir zahlen 9 Euro. Ja. Ist doch schwierig, ey. 1 plus 1, oder was? 4 ist das, 4. Ah, ziehnten Herber auf und kann nichts mehr sehen. Guter sich genau vor der Tür stand. Ah, ich krieg grad tierisch Hunger. Ja? Aht, mein Arm. Mmh, lecker!